Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Ich habe das selbe Team wie gestern, allerdings habe ich jetzt Tropius mal in der Führung und gucken mal wie das so klappt. Und ja, wenn ihr weiter das nicht verpassen wollt, einfach ein Abo dalassen und Likes dalassen, das hilft dem Kanal weiter, hilft mir weiter und auch den Zuschauern, dass immer mehr Leute hier für den Kanal begeistert werden. Ja, okay. Ich glaube das Vieh wird durchsweeten. Oh, ich hätte die Laubklinge geschafft. Nein. Wird er blind auf die Attacke gehen? Das ist die Frage, ne? Wir gehen hier rein. Schilden einmal. Wir geben nun falls auch zweimal. Oh, das tat schon weh, ne? Das tat schon alles weh. Hier gehen wir jetzt erstmal auf den Spuckball. Mal sehen, ob der geschildert wird. Nein, weiter nicht. Dann gehen wir hier rüber. Tromburg. Hier kriegen wir eine extra Attacke, perfekt. Das Problem ist, weil Reiser hat zu viel Energie, ne? Das ist, weil Reiser hat zu viel Energie, die... Ja, ich hätte auch ködern können. Die Samenbombe müsste ich noch gerade zu überleben, ne? Ja. Hm. 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 Ja, jetzt reichen auch schon zwei Eisspiele. Ärgerlich. Wir holen ihn aus. Ja, aber zwei Eisspiele reichen leider. Ja. Schade. Na, ich hab zu viel Schaden noch von Tromburg gekriegt. Hätte ich gewinnen können. Wäre gewinnen gewesen, na... Ja, für Jahre und Erfügung ist echt mies. Ich hätte aber auch noch die Laubklinge geschafft. Die hätte ich eher, äh, zur Verfügung. Der hätte Frustet hier auch nicht so viel Schaden gefressen. Ja, ich denke, das geht hier in Ordnung. Die Führung nehmen wir hier. Gehen hier immer schön fein auf die Laubklinge. Mh, die tut weh. Frage ist, ob du auf Rückkehr gehst, ne? Wir lassen das aber mal durch. Mh, Schmarotzer. Schmarotzer tank mal. Auch den tanken hier. Ja, du kriegst deine Attacke noch unter. Was ja nicht schlimm ist. Entweder Schild oder Zibiris. Und jetzt gehen wir in den Irokex. Können runterfarmen. Müssen nur einmal schilden. Gegebenenfalls hätte ich sogar die Rückkehr abfahren können. Ja, Irokex ist voller Energie. Ja, wir lassen ihn ja rüber. Zöne den Spuckbeier direkt. Spuckbeier zöne. So, wir schäden ja. Ja, Knuller. Ein Knuller überstehen wir aber. Ich geh auch nur hier auf Lawine, weil er wird das eh schön. Wird es wahrscheinlich erst sein, wenn er noch eine Fähne hat. Ja. Knuller müsste ich eigentlich überstehen, oder? Ja. Midokin ist weg. Ja. Ja. Wir machen hier einen Steirungssieb und Schmarotzer gleich hinterher. Es sollte eigentlich unser Win sein, ne? Er hat keine extra Pullover gekriegt, was wichtig ist. Der sollte schon wehtun, der Schmarotzer. Ja. Perfekt. Perfekt. Trotz Azumaril noch kam. Nido Kühn haben wir noch weggehauen zum Glück mit Lawine. Ja. Und da war auch hier wieder der Köder wichtig, den Köder richtig zu platzieren. Weil ein Spukball, ähm, wird ein Azumaril-Trainer zuerst nicht schilden, weil jeder weiß, dass Azumaril quasi ein Spukball aushält. Ja. Das ist eine gute Führung. Das ist eine sehr gute Führung. Äh. Okay. Ja, ist ihm aufgefallen. Ist ihm, glaube ich, aufgefallen. Ist ihm aufgefallen, dass sein Team irgendwie gegen Tropius recht schlecht aufgestellt war. Beziehungsweise, ich schätze mal, er ist ins Fall schon vor Pokémon gegangen. Empoleon ist okay. Empoleon ist tatsächlich okay. Erokex würde er gegen kämpfen wollen. Oh, ich bin zu spät gewechselt, ne? Ich bin zu spät raus. Das hier outspeedet mich doch. Ich durfte nicht extra auszuholen. Dennoch will ich noch ein Schild von ihr. Wenn das jetzt ein Ladertag-Meisterstand wäre, wäre es perfekt. Ja, das ist perfekt. Das Schild kann ich mir aufheben. Ja, Eroas macht ja gar nicht so viel von mir. So. Nummer eins. Nummer zwei. Frage ist, ob er das überlebt Knapp, ja Ja, natürlich kriegt er seine Attacke raus Ich finde auch sogar schön So, Tropius Oh, Altaria Prostitie wäre ja so richtig lecker gewesen Aber du musst einsetzen, oder? Und fammst auch folgreich runter Als ob du weißt, dass hinten ein Irokex ist Ja Ja, das verliere ich leider den Kampf Einen Himmelsfeger kann ich einstecken Ja, aber er hat zwei Er hat leider zwei Ein Altaria noch hinten Ein Nugget Hm Na, ich hätte das ausspielen müssen mit Tropius gegen Rufeldes Oder er gesagt, ja, rauswechseln, dann hätte ich das auch gewonnen Ja, hätte Wäre ich rausgegangen, hätte ich das gewonnen Plunschig Hm Ja, hier kann ich nicht rausgehen Da muss ich so ausspielen Hat er gut getimt Problem ist, er kommt schneller zu den Attacken Na, steigere ich Steiger dich, das ist mir egal Hier, eh aufzuhören Schmarrotzer Oh, okay Hat leider nicht gereicht Hm Er hat bestimmt Eis Nein, wir gehen hier rein Er setzt zumal und ist nicht blind ein Ich schütte einmal Ja, Psychokinese kommt Wir setzen jetzt hier ein Okay Ja, nerviges Viech Ich gehe jetzt sogar rüber Ich mache hier die Laubklinge Ich darf nicht ausrollen, schade Ah, das kann ich hier auch nicht mehr gewinnen wahrscheinlich Den Steinhallen müsste ich noch überleben Ja Runterfahren dürftest du aber nicht können Okay, du gewinnst den Ladertackenleinstand Interessant Ja, okay, du hast eh zwei Steinhagel, okay Interessant, dass Flunschlägt den Ladertackenleinstand gegen Trupplos gewinnt Ja Schwierige Führung Leider nur 1, 2, 2, 3 Wir gehen wieder ein paar Points runter Wir versuchen es aber im nächsten Team Gleich wieder Und gucken, ob das so klappt Ja, Gegner gefunden Perfekt Den Uravara Okay, es ist wieder Empolion Es ist wieder Dustin Nee, diesmal spiele ich das einfach aus Beziehungsweise lass ihn einmal einsetzen Gehe ich mal von aus Hm Ja Ach, ja Er hier hat Finstauere, perfekt Finstauere braucht glaube ich etwas mehr Energie Ach, nö Griffeldes hasse ich, ne Griffeldes ist so ein nerviges Viech Er kann schon wieder wechseln, okay Interessant Das ist interessant, wir gehen hier auf Spukball auch Ich kann nicht wechseln Was richtig doof ist Ja Ich konnte einfach nicht wechseln Hier rüber da Hier verkrafte ich die Borschnabel besser Tut auch schon sau weh, ja Weil hier bin ich jetzt in der Lage runterzufahren Und dieses Team Sieht man im Moment auch so verdammt oft Äh, es gibt es ja nicht Ja, ich muss das gegen Griffeldes einfach ausspielen Hat, hat echt keinen Sinn Ich muss das gegen Griffeldes einfach ausspielen, ja Ja Ja, jetzt hat er gleich Himmelsfeger Oh, ist das ein nerviges Team, ne Mit dem Polian vorne Ja, gefällt es ist das nervige an das Gegner Schentien Ja, das ist ein Nachtara, kein Problem Wäre es ein Nachtara gewesen, wäre das so kein Problem gewesen Nidokin-Führung, ne Muss ich leider auch ausspielen Ja, ich darf nicht ausholen Kennen wir ja schon Giftzahn kommt, ja Ahja, du durfst die jetzt auch nicht ausholen Somit ist das wieder fairer Laubklinge kommt Steht es da Nächste Laubklinge kommt Die wird er wahrscheinlich tanken können Ja So, jetzt gehe ich in Frosteti Werde einmal schön, falls er Erdkräfte hat Ja, hat er Und jetzt müsste ich runterfahren können, ne Wir gehen hier auch auf Lawine Für den Schaden Genau Die Rückkehr kann man ja schön Und dann kann man auch hier runterfahren Wir gehen hier auch einfach auf Schmarotzer Nidokin-Seg Ja, das wird noch richtig doof hier, ne Wobei, wenn ich jetzt gleich zur Lawine komme Ja, ich muss raus Weil ich brauche den Lawinen-Damage Und dadurch gewinne ich das Naja, er muss ja Schmarotzer einsetzen Wiesensweise kommt gar nicht mehr dazu Und dadurch habe ich das jetzt gewonnen Ja, EU-Kex ist jetzt nicht so ein harter Ähm Prostetische-Konter Da tut nur wirklich der Schmarotzer weh So, Gegner wird gesucht Ein Kampf gewonnen, einen verloren Da wollte ich nur gucken, grad Hm Ja, die Kampfliga wird immer schwerer, hab ich das Gefühl Aber in irgendeinem Moment ist es jetzt nicht so ein eindeutiges Hochkommen Aber wir sind ja auch noch Anfang der Season, ne Beziehungsweise haben wir jetzt ungefähr ein Drittel der Season circa geschafft Deswegen alles in Ordnung Kampf haben wir jetzt gefunden Tropius vs. Zubius Ja, das spielen wir aus Das spielen wir ganz klar aus Ja, Moin Schäden Bei den überleben wir noch Ne, wir kriegen wir gleich ein Schild von ihm Oder sein Zubius ist weg Okay Okay, zubius weg Habe ich nichts gegen Wo ich was gegen habe, ist Azuma, ne Dass ich genau nicht zur Laubklinge komme Ja, ich gehe hier rein Werde auch hier einmal schon mal schäden Knuller kommt, ja Wir gehen auf den Spuckball Okay, hier wird es geschildert Ne schöne nochmal Leider hat er dann den Knuller dabei Jetzt können wir hier rein Hier haben wir Spuckball aufgeladen Er hat hier nur Knochenkeulen Die mit Krypto schon guten Schaden machen, würde ich sagen Und so, Schmarotzer kommt Ja, ist in Ordnung Wir können runterfahren Und so, Schmarotzer So, Schmarotzer Knuller dürfen wir gleich nicht mehr überleben Das ist das Problem Der wird schön jetzt Ja Aber, ja Den Knuller tanken wir leider nicht mehr Und den Spuckball hätte er wahrscheinlich noch gerade so überlebt Maybe Knuller kommt Ja, überleben wir nicht mehr Schade Ja, das war schwierig zu spielen Aber wäre das ein Ballreiser hinten gewesen Noch Das wäre perfekt gewesen Oder irgendwas, was schwach ist Gegen Hero Kicks Aber sollte nicht sein Tropic Oh mein Gott Ne, dann gehen wir hier raus Natürlich hat er Nachthage Okay Er hat Probleme Das ist gut für mich Näh Als ob nach Tara gegen Frostetchen Ladertrankenleitestand gewinnt Das kannst du mir nicht erzählen Das kann man mir nicht erzählen Nähn Nipp Das geht nicht Ich gehe hier auch extra auf Sofortattacken Ich brauche definitiv Frostetchen noch Ja, da kriegt man einen extra Attack runter Ja, Nachthara ist weg Das ist perfekt Bloß das Panzer Aero nervt Ich gehe mal hier auf Laubklinge Okay, er farmt nicht drunter Das ist perfekt Das ist sogar perfekt Das ist sogar perfekt Und warten auf die Wechseluhr Den müssten wir noch überleben Wenn ich mich nicht irre Ja Überleben wir auch Natürlich kriegt er die extra Attack Ja, klar Ja, gehen wir rüber Schaffen wir vorher eine Schmagotza Dadurch nein Einen Himmelsfeger sollten wir noch gerade überleben Ist ja kein Sturzflug Ja, es wäre Grabbit gewesen, ne Es wäre actually Grabbit gewesen Den Kampf hätte man gewonnen Den Kampf hätte man gewonnen Problem ist, ich kann auch nicht runterfahren Ja, den Kampf verliere ich leider Ah, Panzer Aeron, ne So nervig Ja, hier hat er den nächsten Feuerschlag Ah, ich hätte vielleicht Einsteigungsziek machen sollen Und dann den Schmarotzer Ah, das war gerade echt Ja, Hardcore-Contra-Team Ja, wird kein positives Set leider Ja, irgendwie läuft es im Moment nicht Da muss ich mir jetzt die Tage was einfallen lassen Mautzinger Mautzinger Schmarotzer darf der ja nicht so viel machen Und meine Attacken machen gar nicht so wenig Schaden, ne Ja, Schmarotzer geht vollkommen klar Laubklinge kommt Ich glaube, das spiele ich hier sogar aus Mautzinger ist jetzt nicht so ein nerviges Stahl-Pokémon Wir kriegen sogar ein Schild, was perfekt ist Jo, mach Müsst man auch noch überleben, ja Und wir kommen nochmal zur Laubklinge Und die sollte reichen Entweder beide Schilde weg Oder dein Mautzinger Mautzinger ist lebensnotwendig Schau mal Falls Nahkampf ist, würde ich den einmal schäden Genau Das ist Mew Hier eine bessere Antwort gegen Schilden hier auch einmal Das ist nur der Surfer Nehmen wir ihn aber jetzt mit Spukball raus Mew ist schon mal weg So, jetzt wird Mautzinger kommen Kann sein, dass das ein Doppel-Psycho-Team ist, ne Ja, Schmarotzer hat er nicht mehr geschafft Oh, ein Einges-Frost-Stitchi, perfekt Da ich ja Attacken, Ladeattacken, ähm Vorsprung habe quasi Gewinne ich das, perfekt Immerhin nochmal den letzten Kampf gewonnen Was sehr sehr schön ist Ah ja, irgendwie geht es im Moment nicht so rauf Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt Ich denke mal, die Spieler werden einfach halt aktuell immer besser Also es wird immer Anstrengender Aber, egal Wir gucken, wie die Season weiterhin verläuft Für die Folge soll es das gewesen sein Haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao